schönen guten tag mein lieben und herzlich willkommen in tokus ballerbude ich habe einen pre-alpha release key für smite auf der xbox one bekommen dachte mir ich spiele jetzt mal das tutorial mit euch zusammen quasi haben wir da mal rein ja ist ein moba in der third person ansicht fand ich jetzt recht interessant habe keine ahnung wie das spiel funktioniert aber deswegen spielen wir ja das tutorial nicht wahr das ist ein zweck der übung schauen wir mal wirklich wirklich sehr gespannt willkommen zum smite tutorial Termin. Willkommen zu dem Smite-Tutorial. Ihr Objektiv ist, um die Titanen zu retten. Um das zu tun, müssen Sie die Defensoren zu retten. In Smite, Sie kontrollieren die Gäste und Immortale. Powerful beings, die großartige Destruktionen sind. Sie haben ihre eigenen gewählte Wettbewerb und Stylke. In diesem Tutorial, Sie kontrollieren Neath, der Egyptiker der Vergangenheit. Jetzt, lasst uns die Navigation üben. Geh an den Wegpunkt nahe der Titanen. Use den links- und rechts-Stick, um dort zu kommen. Gut, laufen wir mal da hin. Gut gemacht! Dein nächster Wegpunkt ist außerhalb deiner Basis, nahe der Phoenix. Geh da jetzt. Die sieht cool aus, die Phoenix, wa? Fantastisch! Du bist jetzt in der Linie. Use den richtigen Stick, um zu zählen. Dann feuere dein Bow und bist bereit. Uah! Ganz schön empfindlich, das Ding. Ey! Hörst du auf! Ausweichen ist gar nicht mehr so einfach hier. Ziele auch nicht. Impressiv! Each time you slay an enemy or destroy an objective, you gain experience or XP. Gain enough XP and you will level up. Allowing you to unlock abilities. Unlock spirit arrow. Needs first ability. Gut, versuchen wir dat. Äh, mit x. Oder? Ah nee, lb und x. Auch nicht. Wow! Okay. So tut sich hier auch nix. Ah, jetzt aber. Upgrade. Great. Now, use the spirit arrow ability to attack the minions. Spirit arrow is a line attack that can strike multiple enemies within its highlighted area. Use the targeter to help direct you when casting your abilities. With the targeter visible, press the trigger button to fire. Erh. Here. Heheh, Fett! Geil! Ausweichen ist hier echt was denn wirklich. Und zurück teleportiert. Gut, kaufen wir mal irgendwelche Items. Gut, machen wir das doch. Leichte Klinge. Gut. Du kannst auch die Aktive Items kaufen. Die Aktive Items können wie Abilität sein, aber nicht brauchen Manor. Selekt den Items Hand of the Gods, um es zu kaufen. Endlich, wir kaufen ein Items konsumierter. Insofern die Aktive, die Konsumierter nur noch einmal benutzen können. Selekt die Heilung und das auch kaufen. Sehr gut. Diese Items will help you in your battles. Remember, there are other views in the shop. Select on the All Items list now to see. You can use this view to search for other active items or consumables. Now that you've collected your equipment, let's explore the jungle. The jungle is the term used for the paths on either side of the lane. While in the jungle, your visibility is reduced and you can't see the enemies as far away. This is a jungle camp. Jungle camps provide powerful buffs to the gods who defeat them. Your active item, Hand of the Gods, will help you to quickly defeat this camp. Use the active item Hand of the Gods to clear the jungle camp. When you defeat this camp, collect the buff that drops to the ground. Ah, okay. Damn. Well done. That buff will help you do a lot more damage. You've taken some damage. Use the consumable health potion now. Oh dear, it looks like one of your allies. Odin is rushing the enemy tower. By attacking without support, Odin will surely fail. Be wary around towers, as they will come to the defense of friendly gods attacked under them. It's time to join the fight. Your tower is under attack from enemy minions. Go there now and defeat them. Friendly minions are here to help. Stay behind them so they can take the brunt of the battle. Now, push the fight to the enemy tower. Remember to stay behind your minions so that they take the brunt of the tower's attack. If the tower targets you, fall back out of range. Look out. The enemy god Emhyr has joined the fight. Enemy gods are a greater threat and are usually controlled by enemy players. You should defeat this god before moving on. First flush. Ahead is the enemy phoenix, which can only be damaged by your basic attack. Once destroyed, all of your minions in this lane will spawn with upgraded weapons and deal more damage. Unlike towers, a phoenix will eventually respawn. Destroy the enemy phoenix, but remember to let your minions lead the attack. You were almost there. Storm into the enemy base and destroy their titan to win. Das klingt ja alles furchtbar einfach. Komm, von hier und angreifen. Ne, nicht wirklich. Das Fensterschießen funktioniert nicht. Arm auf den Hinten. Wunderschönen. Du hast dein erstes Spiel gewonnen. Juhu. Du solltest ein paar Koop-Games gegen non-player-guards versuchen. Wunderschön. Klingt ja alles erstmal sehr, sehr einfach. Aber ich muss zugeben, ich bin ein ganz schöner MOBA-Noob. Hab so das eine oder andere mal ein bisschen ausprobiert. Kläglich versagt und so. Wird hier vermutlich auch nicht viel anders sein. Aber ich finde das Konzept mal ganz geil. Direkte Steuerung der Helden hier, der Heroes, der Gods in dem Fall. Finde ich, ist ein interessantes Konzept. Nach jedem Spiel werden Sie mit Ihren Rewards für die Krieg. Ein Gehörer wird Ihnen auf die Begründung des Spiels gegründet. Es wird benutzt, um viele Dinge zu bekommen, und die Begründung des Spiels gegründet. Ich würde auf die Begründung des Spiels gegründet. Es gibt noch weitere Schleiere, die von diesen Buttonen anzielen können. Die werden Ihnen weitere Details über Ihren Spiel. Die Begründung des Home-Button kommt Ihnen auf das Spiel-Bobby, wenn Sie bereit sind, um Ihren Spiel. schön, ja, okay eine Runden zusammenfassung, muss natürlich auch sein auch gut, dass man hier Fortschritte erzielen kann die sich über Spiele hinweg ziehen, sozusagen da die übliche Statistik KD von 1,0, fantastisch war super gut, und hier kann man noch ein kleines bisschen sich was anschauen, was man so alles gemacht hat schön, schön so weit, so gut, also, erster Eindruck ist mal nicht so schlecht finde ich ganz interessant, ich werde das jetzt noch ein bisschen weiter ausprobieren, wollte ich euch jetzt fürs Erste einfach mal kurz dieses Tutorial zeigen, ja, gut weitere Videos folgen, macht's gut bis dann, tschüss